das hier ist meine gitarre ich habe sie ewigkeiten nicht mehr verwendet so richtig mit nicht in den modular packen oder sonst was und ich gehe jetzt mit ihr zu einem kumpel und wir probieren looper dark world und ich würde jetzt erstmal ausprobieren ich habe nämlich keine ahnung ob die was toll aber der hype ist da im internet zumindest über den blooper extrem ist ein looper und einiges mehr und dark world ist ein rework und ich dachte mir bevor ich das jetzt wieder durch 100 effektketten baller lässt sich die beiden einfach mal in einer gut alten gitarrensession mit einem kumpel und da gehe ich jetzt hin englisch freund give me of course some tea ja 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 das ist ja 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 Show me how this baby works. Alright, let's switch it around, let me try and do it with a little gentle phrase. You can push it whenever you want and just start with the right one. And how do you delete this? Delete! Yeah! You stop? And of course, if you miss it. How do you move that? Stop. Okay. Delete? Yeah, but let's try some next. Okay. The left chorus, you record one. So start with some noises so you can start on top. Not bad. I don't know. I don't know if I can hold it. Notice. Okay? Yeah, so... That we hold? Yeah, that's a bit of a rainbow. Yeah, because my... My thought behind it was that you could do like a... You set a bit as long as... The first loop is the set of the length of the loop. Nice. That is so hard. So, I know you can have fun. Okay. Ooh. Yeah, then you can go for the second chord. If you want it on top, and then you can go for a chord. Yeah. 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 And then can you delete the chords that... And you can be like... And you can be like... And that's so useful. So I'm opening up my eyes to a loop. You're going to make me want to buy one of these. Okay. Das war's. Und hier ist ein großer Punkt. Was du hier machst, ist, dass du zu verstehen, was das Looping ist und was das Looping ist. Weil du beginnst zu fühlen. Wo ich immer wieder benutze. Das ein Geräusch oder eine Turm. Das eine Geräusche, das Looping ist. Das Hypnotisch, was ich immer genannt. Es ist einfach Meditation, das Mantra, das tested. Und das andere Elemente. Ich zure das Hypnotisch-Techno. Aber wenn du das Tecno wegخ ventest... Hypnotisch-Musik ist für mich... Du kennst das Schäckige Hände. Ja, ja, ja. Und dann die Ideen, die Läherung von Ideen. Und du Läherst und Läherst du Dinge. Es ist konstant moving. Ja, das ist echt eine gute Weise zu sehen. Ich glaube, das ist irgendwie... Looping, ich wollte dir zeigen, das ist weil ich diese Videoidee zu dir gekommen bin. Weil du eigentlich besser spielst du als ich. Und diese Sache, ich denke, ist mehr für dich als für mich. Es ist ein Spiel. Es ist ein tolles Spiel, wenn du einfach nur die Gitarre spielst, aber auf einen anderen Level. Aber ich denke, dass es einfach nur die Gitarre spielst. Ja, okay, es ist auch eine Gitarre. Aber du kannst auch so viele Geräusche machen, und diese Geräusche machen. Ja, aber es hat eine Lübe. Du brauchst die Abelton, und das ist die Abelton. Abelton in der Box. Ja, Abelton in der Box. Ein paar Tee. Chamomile, Best Way Forward. All you mean. No better Tee out there. Ich liebe das Punkt, dass ich eine Schuhe habe. Ich liebe das jetzt nicht. Ich liebe das, das meine Schuhe. Ich liebe das alles. Es gibt drei verschiedene Moden auf jeden Fall. Und es gibt Trim, Plate und Spring Reverb hier. Es ist eher klassisch. Und dann nicht so klassisch ist Schimm, Black und Mod. Schimm ist wirklich interessant, wenn man für einen Sek. Wir bekommen das Schimm. Oh wow, was ist das? Cool. So cool. So cool. Amen. Amen. ...darkness. 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 Just one thing. What do you think about the looper and the dark world? Yeah, at first it was really hard to wrap my head around, as someone who's never used a looper. True. And then, yeah, just after getting some used to just tapping on the first beat of the bar, I started to get a hang of it after about an hour or two. And, yeah, it's a toy. It's a fun, fun toy. It's just fun. Yeah, it's literally just a fun toy that you can literally just spend a whole day just losing yourself inside this little tiny blooper box. But, yeah, so that's awesome. It's a new toy 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 toy. But it's fun to play with you. So, at least in an event, we're going to play with you. You can play with me. I'll play with you. Go to play with you. And you can play with me. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020